Herzlich Willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey mit Ereso. Ich bin Ereso und offenbar habe ich Dinge übersehen. Ich wurde nämlich noch mal darauf hingewiesen, dass ich mir mit Leertaste Dinge anzeigen lassen kann. Also schauen wir uns mal ein bisschen um. Was könnte hier denn alles interagierbar sein? Ich könnte in die Gasse gehen. Da war ich aber schon, oder? Gucken wir nach. Ne, da war ich noch nicht. Aber den da kenne ich schon. Hanek. Hi Hanek. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Vielleicht hat er da gerade Pause. Du Dep. Hallo Hanek. Ach äh, hier ähm. Rufus. Genau. Gut, was fragen wir denn? Ja, fragen wir mal nach dem Papagei. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Ja. Das ist eine grausame Methode. Ich verstehe, warum es gemacht wurde. Es ist trotzdem eine grausame Methode. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey. Ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am rumrennen. Sachen erledigen. Und besorgen. Und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann könnt ihr nämlich auch weiterarbeiten. Gut, dann könnt ihr gleich weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Ähm. Nein. Eigentlich war es das dann. Ach, wusste ich's doch. Rufus. Dein Leben ist wesentlich unspannender. Ist halt, du sprengst die Kratzer selbst in die Luft. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist Meckern auf hohem Niveau wahrscheinlich. Aber es nervt mich total, dass die Lippenbewegung überhaupt nicht synchron ist. Ich finde es eigentlich schön, dass sie Lippenbewegungen reingebracht haben. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit für Point-and-Click-Adventures. Ja, aber dann wirkt die hier ein bisschen komisch. Ja, aber Schrott... Also, ich denke, man kann eine ganze Menge nützliches Zeug finden. Zumindest, wenn man ein bisschen ein handwerkliches Geschick hat, um das auch zu benutzen. Aber das sehen wir ja hier bei den ganzen Dingen, die hier benutzt wurden. Also, ich frage mich, was die dann genau suchen, was da so nützlich sein soll, dass es... Naja... Eben nicht raffiniert werden muss. Mein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel? Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Hm. Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Mein Name ist Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay, aber was, wenn ich Wenzel heiße? Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay, aber was, wenn ich Rumpelstädtchen heiße? Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Hast du irgendwelche Schlüssel? Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Besonders den Namen hat er direkt wieder vergessen. Aber da ist... Ich finde es schön, dass sie es so Vorbereiche gemacht haben, dass er ein schreckliches Namensgedächtnis hat und man sich ihm deswegen dann eben so vorstellen will, wie man kann. Ah, wie man will. Ach Gott. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, Lamour. Bis bald. Tschöö. Ähm. Rufus. Genau. Da haben sie auch wirklich nur die eine Sounddatei für dieses meckernde Rufus. Obwohl es in ganz vielen Dialogen vorkommt. Oh, da ist eine Kneipe. Okay. Da ist der Sprengplan. Mit dem Papagei reden wir gleich. Ah, eine Notfallstation. Okay. Was machst du da schon wieder, Rufus? Du kannst keine Luftgitarre spielen. Du kannst gar nichts spielen. Du kannst gar nichts. Wir geben mal das Sprengsignal. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Okay. Dann gucken wir uns erstmal den Papagei an. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Mal sehen, was er dazu sagt. Oder sie. Ich bin nicht sicher. Hallo. 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 Ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Wörtern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Ja, dann hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaut, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Klasse. Okay. Schön. Gehen wir zur Notfallstattung. Okay, wir gucken uns erst einmal noch ein bisschen um, bevor wir denen sagen, dass sie sprengen sollen. Ich weiß nämlich nicht, ob da irgendwas kaputt geht. Hallo, bist du die Frau von Haneck? Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das? Äh, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so ein Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und ähm... Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Äh, na super. Danke. Ist doch schön, wenn die, äh, Schurken einen für viel zu inkompetent halten, als dass sie ihnen entkommen könnten und deswegen keine Jagd machen. Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Nur weil du etwas nicht kannst, heißt es nicht, dass es unmöglich ist, sonst würde überhaupt nichts funktionieren. Weil du nichts kannst mit dem Pfeil. So. Ein Schild. Lörre. Das einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Hm, ha, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Hm, ich nehme an, dass... Okay, wahrscheinlich, weil hier das, äh... Oh, weil hier die Kuh zu sehen ist. Okay. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich. Er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Warum soll der das tun? Okay, jetzt bin ich gespannt, was dahinter ist. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Niemand ist ohne dich aufgeschmissen. Hör auf, das da unter den Leuten einreden zu wollen. Uh, Lonzo. Ja. Bekomme ich einen Schnaps? Gibt's hier eigentlich nicht, weil es gibt nur Plurre auf diesem Planeten. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bist du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Ja, das war witzig. Ähm. Ja, wahrscheinlich wird er einfach sagen, stimmt, werde ich nicht. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erst mal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Gute Einstellung. Geschichten ohne Drachen sind meistens weniger interessant als die mit. Ähm. Gut. Wo nachfragen? Lange nicht gesehen. Wir haben doch eben erst mit ihm gesprochen. Na gut, das zählt nicht. Okay, ich gebe es. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Leute unter der Stadt, die regelmäßig Explosionen verursachen. Und trotzdem wäre es merklich weniger, wenn er weg wäre. Gut. Dann. Beschuldigen wir mal Toni. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an. Ich bin Toni. Wecker, wecker, wecker. Zehnte Hagerzapft. Ach ja, ich bin schon lässig. Er kann nicht mal spotten. Nicht mal das Krieg dahin. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Das ist doch diesmal ehrlich. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Jetzt nicht mehr. Gut, da ist der Vorhang. Den dort können wir nicht mitnehmen. Obwohl... Wahrscheinlich ist das eher eine Trophäe. Gibt es hier einen Mechabären, die hier frei rumlaufen? Wozu wird so ein Hebel gebraucht bei der Dartscheibe? Das frage ich mich gerade. Na, okay. Hier scheint es nichts weiter zu geben. Dann gehen wir mal zur Notfallstation und Gecko. Doch, ne, ein Chameleon, oder? Oder? Ne. Hat eben die Farbe verändert, deswegen dachte ich... Achso, sitzt auf diesem Ding hier. Okay, dann ist es ein Chameleon. Gut. Ich glaube ihm nicht, dass er das hat, einfach weil ich nicht glaube, dass er in der Lage wäre, das zu organisieren. Also gehen wir mal zum Sprengplan und gucken uns das an. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Haneck, wie das funktioniert. Hat er schon erklärt. Wir nehmen Magneten, zum Beispiel diese hier. Und dann kleben wir die drauf. Oh, Minispiel, okay. Anleitung. Unterhalb von Kuwak existiert ein Labyrinth aus Strottstollen, in denen Müllsucher wie Haneck nach Brauchbarmunrat suchen. Es ist ein harter und dämlicher Job. Gut, das kann man unter sehr viele Jobs schreiben. Nicht selten kommen die Müllsucher nur weiter, wenn sie Sprengladungen an einem Tunnelende hochgehen lassen. Die dadurch entstehende Erschütterung nehmen die Kuwaka gelassen, da es mit einem Rufus in der Stadt ausrechene Explosionen an der Oberfläche gibt, um den Schaden durch unterirdische Sprengung zu relativieren. Ärgerlich ist nur, dass die Erschütterung regelmäßig die Alarmanlagen an den Häusern auslösen. Rufus kann Sprengungen auslösen, indem er drei Bereiche auf der Karte markiert und anschließend die Glocke betätigt. Das ist nicht nur spaßig, sondern kann sich auch erznützlich erweisen, wenn man wie Rufus einen Plan hat. Okay, das ist also eine Erklärung gewesen. Ah, okay, hier ist einfach nur die... Ah, okay. Ich weiß nicht, was die einzelnen Punkte hier dann bedeuten. Aber gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir hier sprengen. Hier sprengen. Und... Hier sprengen. Ich glaube, ich darf nicht. Oder, Moritz? Jetzt so... Achso, verlassen und dann... Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Okay. Da löst der Alarm aus. Ich nehme mal an, da passiert jetzt nichts, right? Oh, doch! Ist weiterhin ein Alarm? Dann schauen wir mal, ob Wenzel davon aufgewacht ist. Aufgewacht in Anführungszeichen. Hey, Wenzel, was gibt es? Nee, okay, keine neuen Optionen. Im Keller dürfte auch da nichts sein. Nö. Zurück. Oh, okay, jetzt ist nichts mehr. Gut, schauen wir uns nochmal an, was wir hier so mit dem Sprengplan machen können. Also, wo wir hier gut sprengen können. Ich dachte mir, eventuell können wir das hier dazu bringen, dass da was rausläuft. Hm, hm, hm. Damit wir hier eben eine Wasserader haben, die Winzel finden kann. Nee, ich sehe hier aber kein wirklich sinnvolles System. Wie gesagt, bei den Punkten bin ich mir nicht sicher, was sie bedeuten. Mehr steht hier leider auch nicht. Hilft, wenn man einen Plan hat. Ich habe keinen Plan. So, jetzt sind wir überall auf Punkten. Ist wichtig. Jetzt geben wir das Signal und gehen raus. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Hm. Also, ist es immer an den gleichen Stellen? Oder... Eventuell muss ich einfach dafür sorgen, dass... Nee, alle Alarme gleichzeitig werden nicht losgehen. Ich wüsste auch nicht, was dann passieren sollte. Aber wir versuchen es trotzdem einfach mal. So, wenn wir hier das in der Mitte machen, dann löst das eventuell für mehrere aus. So, das ist nur ein Feld entfernt. Das hier ist jetzt relativ weit weg. So, versuchen wir das mal so und gucken, wie es dann aussieht. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Okay, nicht nah genug bei... Irgendwem, um was auszulösen. Okay, dann gehen wir einfach raus. Dann werden wir dafür mehr Informationen brauchen, bevor wir wissen, was da los ist. Okay, Notrufsäule. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Hm. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Okay, Eventuell ist das etwas, wenn ich später jemanden loswerden muss, dass ich bei dieser Person Alarme auslösen kann. Drücken wir einfach mal so rauf. Gucken, was passiert. Zu Ponys Laden geht es hier. Ich gucke mich nebenbei ein klein bisschen um, damit ich nichts übersehe. Hallo? Ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Hallo? Tja, so viel dazu. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probiere es später nochmal. Wahrscheinlich, weil der Dorfälteste einfach wichtiger ist als du. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friem spucken? Okay, zum Wassertank bringt mir gerade nichts. Der Hahn bringt mir nichts. Und der Dartpfeil bringt mir nichts, denke ich. Hm. Im Rathaus war ich schon. Gucken wir mal in Tonys Laden, ob wir was übersehen haben. Dauert ja, bis wir da ankommen. Ich weiß, ich könnte doppelt klicken. Aber ich will ihm auch manchmal ein bisschen Freilauf lassen, ne? So, habe ich irgendwas hier? Den Kram habe ich untersucht. Oh, ne Kurbel. Cool. Hm. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay, wir können irgendwas kaputt machen hiermit. Zum Beispiel einen Schwamm. Bin ich ganz sicher, was ich mir damit... Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ne, was ich mir davon erhoffe. Gut. Das hier sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Hm. 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 Also, die Kupons kennen war. Oh, ne Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit dir ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Brokerie infiziert hast. Also, meine Version war lustiger. Der Kerl wird mir von Folge zu Folge unsympathischer. Okay. Hm. Was können wir machen? Unser Ziel ist es weiterhin, wenn es sie dazu zu bringen, zu glauben, er hätte eine, ähm, eine Wasserader gefunden. An den Schornstein und ans Rohr, hier komme ich nicht dran. Wenn ich das versuche, dann, äh, sagt Rufus nur ich, ah, dass er sich seine telepathischen Kräfte noch aufbauen will. Okay, dann gehen wir mal. Obst du Toni Sitte wollte? Ich kann nicht. Ich wollte, und? Wo war das eben? Zu Tronis Hütte. Vor das Stadttor. Äh. Moment. Stand hier nicht eben noch zum Stadtzentrum? Hm. Wurfen wir nicht. Okay. Dann gehen wir mal vor das Stadttor. Zum Dorfkern. Okay. Motorhaube, da komme ich, glaube ich, nicht weiter. Haben wir schon probiert, oder? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja, aber reinkommen wir wieder nicht. Na toll. Die Karre ist Schrott. Aber das Schloss funktioniert noch. Gut. Mit dem Stier hatten wir schon interagiert, Fragezeichen? Ich glaube eigentlich schon. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Hm. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Es ist ein Stier aus Schrott. Es ist kein echtes Tier. Freigegeben ab sechs? Wie langweilig ist das denn? So, okay. Schwarzes Brett hatten wir uns schon angeguckt. Okay, das geht zum Wassertank. Zu Tonis Laden, okay. Ins Rathaus, da werde ich aber gar nicht hin. Okay, wir gucken doch mal, ob ich hier doch noch ein Stadtzentrum irgendwo übersehen habe. Also, das ist zum Wassertank, Vorstatttor, zu Tonis Laden, zu Tonis Laden. Ne, okay, das scheint wirklich alles zu sein. Oh. Gut, dann müssen wir woanders Hinweise finden noch. Gut, gehen wir nochmal zurück ins Rathaus, gucken uns da um. Mal sehen, ob wir da irgendwas... Dann darf ich nicht, dann werde ich von der Empfangsdame aufgehalten. Ne? Doch nicht. Ja, es geht ihm nicht darum, zu erfahren, ob es ihr gut geht oder so. Nein, er will nur... Oh, Frust, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Doktor Gizmo? Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Golan. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir? Hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha, der Kaffee, der das fertigbringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt eingefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Immerhin. Erst einmal, was die Tagträume angeht. Das wirkte jetzt zumindest harmloser, als ich es bei ihm gedacht hätte. Zumindest hat er sich nicht auf den Thron der Welt gestellt und alle Leute mussten ihn anhimmeln und so. Die haben ihm zwar zugejubelt, aber, naja. Trotzdem, dieses friedliche passt definitiv nicht zu ihm. Das wird nicht zustande kommen. Die Stimme von Gizmo kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist Medivh aus Alimania. So, cool, hallo. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Ja, wir haben ja schon die entsprechende Mühle gefunden. Wir brauchen nur noch Kaffee. Na, touchen wir sie mal an. Vielleicht wach sie auf. Hey, Gohl. Hohohoho. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Okay, reden wir mal mit Medivh. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Ja, dann sollten sie vielleicht ein paar andere Leute finden. Oder einfach Rufus rauswerfen. Oder einsperren. Einer von beidem. Doktor Gizmo. Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Woher soll er das wissen? Er weiß nur, dass sie bewusstlos ist. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel heftigeres. Etwas heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Aha. Ich werde sie retten. Ach. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal tausend? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Also die wollen einen wirklich sehr stark in die Kaffee-Richtung schubsen hier. Wenn sie beide Leute darüber reden lassen. Auch den Doc. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr? Das würde ich ja gern. Aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten. Das klingt lustig. Können Sie das tausendmal hintereinander sagen? Warum sollte ich... Ich kann auch tausendmal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Aber so nervig Rufus ist in diesem Falle, ist er wahrscheinlich einfach bloß ein ziemlich realistischer Bekanter eines Patienten. Die nerven nämlich höchstwahrscheinlich die Doktoren ungefähr genauso wie Rufus jeden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Äh, ja, was, ähm... Ich bin krank. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du acht wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was acht Kerzen alles anrichten können. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Okay. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereinig alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien, sollte man zumindest meinen. Seit deinem achten Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Okay, zumindest wissen wir jetzt, dass er offenbar kontrollierbar war, solange sein Vater da war. Okay. Macht ihn immer noch nicht sympathisch. Es hilft ein klein bisschen, aber... Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Was machen die eigentlich für ein Gizmo mal krank wird? Oder brennt? Oder bestohlen wurde? Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Tja, wir haben einen Dartfighter. Darf ich den als Dietrich benutzen? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Ich wüsste auch nicht, was... Ich will gar nicht drüber nachdenken, warum er allein gelassen werden möchte mit ihr. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Hm. Okay. Gut. Wir haben einen neuen Charakter kennengelernt. Und überzogen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich selbst in so einem Spiel Probleme haben würde, mich an meine Folgezeit zu halten. Okay. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir dann versuchen, Dr. Mediv zu beklauen. Bis dahin, leb wohl hinter das Kommentare und adios. Se步 ist es mit wundern. Notishops. noticeable Alter... wird brain Aus. Aus. Aus.